Ich darf Sie recht herzlich zum PR Gateway Tutorial Video begrüßen. Mein Name ist Michael Tschirmacher, ich bin PR und Social Media Manager bei PR Gateway. In diesem Video möchte ich gerne mit Ihnen über die Themen Presseclipping und Monitoring sprechen. Presseclipping ist uns vor allem aus dem klassischen Printbereich ein Begriff, wo es darum geht, Ausschnitte unserer Veröffentlichung zu sammeln, die wir in Zeitungen, Magazinen und Zeitschriften erzielt haben. Das Ganze dann noch einmal gefüttert mit zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel Auflage, Reichweite und der jeweilige Verlag. Diese Kernelemente des Presseclippings nehmen wir auch mit dem Veröffentlichungsreport von PR Gateway auf. Das heißt, wenn Sie eine Online-Presse-Mitteilung über PR Gateway versenden, dann erhalten Sie automatisch einen Veröffentlichungsreport, der Ihnen einen Überblick über all die Kommunikationskanäle gibt, auf denen Sie Ihre Online-Presse-Mitteilung veröffentlicht haben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Premium-Version des Veröffentlichungsreports zu buchen. Dort erhalten Sie weiterführende Informationen zu den jeweiligen Portalen und Netzwerken, zum Beispiel Alexa-Rank, Page Impressions und Visits, um so auch einen Eindruck von der Qualität Ihrer Veröffentlichung zu erhalten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, für den weiteren Gebrauch des Veröffentlichungsreports diesen zu individualisieren, zum Beispiel mit einem eigenen Logo, oder indem Sie diesen natürlich dann auch auf Ihrem Computer speichern können und in verschiedenen Medienformaten auch verwenden und ausdrucken können. Was genau Sie mit dem Veröffentlichungsreport machen können, welche Zahlen Ihnen der Veröffentlichungsreport liefert, welche Informationen Sie erhalten, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Wenn Sie nun eine Online-Presse-Mitteilung über PR-Gateway versendet haben und einen passenden Veröffentlichungsreport zu der jeweiligen Online-Mitteilung abrufen möchten, dann klicken Sie einfach oben in der Navigationsleiste auf den Menüpunkt Meine Presse-Mitteilungen. Daraufhin erhalten Sie eine Übersicht aller Ihrer Online-Presse-Mitteilungen, die Sie entweder als Entwurf in Ihrem Account gespeichert haben oder über PR-Gateway versendet haben. Über Meine Presse-Mitteilung können Sie zudem für jede versendete Online-Presse-Mitteilung einen entsprechenden Veröffentlichungsreport abrufen. Den Veröffentlichungsreport gibt es einmal in der Basisvariante und einmal in der Premium-Version. Wir schauen uns zuallererst einmal die Basisvariante des Veröffentlichungsreports an. Dafür wählen Sie aus Ihrer Liste einfach eine beliebige Online-Presse-Mitteilung aus und klicken auf den weißen Report-Button. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster und Sie erhalten eine Übersicht all der Kommunikationskanäle, an die Sie Ihre Online-Presse-Mitteilung über PR-Gateway versendet haben. Das Häkchen neben dem jeweiligen Kommunikationskanal symbolisiert Ihnen, dass der Versand erfolgreich war. Sie können zudem über die Basisvariante des Veröffentlichungsreports auch sofort die Premium-Version buchen. Die Premium-Version schauen wir uns jetzt nämlich an und zwar wird diese statt in einem weiß in grün dargestellt. Wenn Sie daraufhin dann auf den grünen Button klicken, dann sehen Sie auch schon sofort den Unterschied zwischen der Basis- und der Premium-Variante. Denn neben der Auflistung der Kommunikationskanäle finden Sie noch einige interessante Zahlen zu dem jeweiligen Kommunikationskanal. Unter anderem den Google Page-Rank, den Alexa-Rank, die Visits und die Page-Impressions, sodass Sie auch direkt noch einmal nachvollziehen können, welche Qualität eigentlich der Versand über PR-Gateway und auch die Veröffentlichung auf den jeweiligen Kommunikationskanälen hat. Ein besonders schönes Feature des Veröffentlichungsreports in der Premium-Version ist zudem, dass Sie sich die Veröffentlichung auch direkt online anzeigen lassen können. Und zwar das Ganze dann über die Spalte Veröffentlichung. Sie müssen lediglich auf den Link Anzeigen klicken. Es öffnet sich daraufhin dann ein neuer Tab in Ihrem Browser und Sie können sich dann auf dem jeweiligen Kommunikationskanal auch Ihre Online-Presse-Mitteilung direkt live anschauen. Neben den Presseportalen und Netzwerken finden Sie in Ihrem Veröffentlichungsreport auch noch die RSS-Verzeichnisse, ebenfalls mit den Zahlen aufgelistet, aber auch die weiteren Fundstellen Ihrer Mitteilung auf anderweitigen Portalen. Das sind zudem Portale, die Ihre Online-Presse-Mitteilung von anderen Webseiten aufgegriffen haben und dann dort auch noch einmal veröffentlicht haben. Das heißt, es sind für Sie erzielte Veröffentlichungen, die Sie nicht direkt über PR-Gateway ausgewählt haben. Mit dem Veröffentlichungsreport können Sie zudem noch weitere Funktionen nutzen. Unter anderem, wenn Sie zum Beispiel Ihren Veröffentlichungsreport dazu gebrauchen möchten, um Geschäftspartnern, Kunden oder auch Ihrer Abteilung die Zahlen näher zu bringen, können Sie auf der einen Seite erst einmal Ihren Veröffentlichungsreport individualisieren. Das heißt, Sie können ein eigenes Logo wählen, was auf Ihrem Report dann angezeigt wird. Zusätzlich können Sie den Veröffentlichungsreport in verschiedenen Dokumentenformaten herunterladen und ausdrucken, unter anderem zum Beispiel als CSV oder auch direkt als Excel-Tabelle. Sie müssen dann lediglich auf den Button klicken und es öffnet sich daraufhin dann die Möglichkeit, den dann als Excel-Dokument herunterzuladen. Wir öffnen das Ganze, um es uns einmal näher anzuschauen. Und dann kann ich Ihnen auch direkt zeigen, was Sie dort vorfinden werden, denn Sie finden dort noch einmal schön in einer Excel-Tabelle aufgelistet Ihre Kommunikationskanäle, dann auch direkt die Internetadresse zu der jeweiligen Online-Presse-Mitteilung, das Versanddatum und die weiterführenden Informationen, Google PageRank, Alexa-Ranking, Besucher und Seitenaufrufe sowie die zusätzlichen Portale, auf denen Ihre Online-Presse-Mitteilung veröffentlicht wurde. Neben der Excel-Tabelle gibt es noch die Möglichkeit, den Veröffentlichungsreport als PDF-Dokument herunterzuladen, sowohl im Hochformat als auch im Querformat oder auch die Möglichkeit, den Report als Report Plus herunterzuladen und zu nutzen. Den möchte ich an dieser Stelle ebenfalls noch einmal näher bringen, denn hier haben Sie die Möglichkeit, auch noch etwas individueller zu werden. Sie können zum Beispiel Notizen angeben, die mit in den Report einfließen. Das heißt, Sie können hier noch einmal zusätzliche Informationen weitergeben, die zum Beispiel für einen Kunden oder einen Geschäftspartner interessant sind. Dann müssen Sie lediglich noch auf den Button Report Plus generieren klicken. Es öffnet sich dann ebenfalls wieder ein Dialogfenster, wo Sie dann diesen Report Plus herunterladen und auch öffnen können. Dort finden Sie dann zum Beispiel das Logo, welches Sie vorher eingebunden haben, den Titel Ihrer Online-Presse-Mitteilung, wann die Online-Presse-Mitteilung veröffentlicht wurde, die Notiz, die Sie angegeben haben, weiterführende Details zur Mitteilung, zum Beispiel die Länge, Anzahl der Internetadressen, der Links, die Sie in die Mitteilung eingebunden haben, die Keywords, die Sie beim Versand gewählt haben, eine Kurzbeschreibung, Firmenkontakt und Pressekontakt. Dann aber auch eine Übersicht, die in Diagrammen dargestellt wird, auf der einen Seite an welche Portale wurde die Pressemitteilung übermittelt, in diesem Fall an 72 Presse-Themenportale, ein Regionalportal und 13 SS-Portale. Dann auch welchen durchschnittlichen Alexa-Rank hatten die Portale, auf denen Sie Ihre Online-Presse-Mitteilung veröffentlicht haben, wie war der durchschnittliche Google Page-Rank, das Ganze dann auch in Diagrammen festgehalten, so dass Sie diese dann wirklich auch zur Präsentation nutzen können. Mit dabei sind natürlich auch die typischen Zahlen aus dem Veröffentlichungsreport, die Auflistung der Kommunikationskanäle, Google Page-Rank, Alexa-Rank, Visits, Page Impressions und hier auch die jeweiligen Links zu den Online-Presse-Mitteilungen. Neben dem Veröffentlichungsreport haben Sie noch eine weitere Möglichkeit, Ihre Online-Presse-Mitteilung zu monitoren, und zwar direkt in der Google Ergebnisliste. Dafür klicken Sie einfach bei einer ausgewählten Online-Presse-Mitteilung auf den Button in der letzten Spalte. Es öffnet sich daraufhin ein neues Tab in Ihrem Browser-Fenster, und Sie sehen dann auch sofort die Suchergebnisse Ihrer Online-Presse-Mitteilung bei Google. Sie können so auch noch einmal nachvollziehen, wo wurde überall Ihre Online-Presse-Mitteilung veröffentlicht im Internet und welche Veröffentlichungen wurden von Google indexiert. Und wir haben hier bei unserer Beispiel-Online-Presse-Mitteilung ungefähr 5.230 Ergebnisse. Das sind 5.230 potenzielle Fundstellen, über die unsere Zielgruppe mit unserem Unternehmen, unseren Inhalten, unseren Produkten und Dienstleistungen in Berührung kommen. Und das mit einem Versand, mit einer Veröffentlichung, einer Online-Presse-Mitteilung über PR-Gateway. Ja, ich hoffe, Sie konnten einen Eindruck davon erhalten, wie Sie den Veröffentlichungsreport von PR-Gateway optimal für Ihr Presse-Clipping nutzen können, welche Möglichkeiten er Ihnen bietet, auch für eine entsprechende Individualisierung und Weiterverarbeitung. Falls Sie weitere Informationen zu den Themen Presse-Clipping und Monitoring erhalten möchten, bzw. auch zu den Funktionen des Veröffentlichungsreports, dann finden Sie entsprechende Links in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch bei den nächsten Videos begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Anhaltende Musik Anhaltende Musik Anhaltende Musik Bis zum nächsten Mal.